Herr Klaus-Staffert-Reiner, der Zeitnehmer. Herr Klaus-Staffert-Reiner, der Stahl-Gunst ist aus Vietnam. Sie können auch in Thailand kaufen. Wir sehen uns mal bei einem ersten Tag. Ich habe das einen Mottel gegeben. Es gibt ein bisschen, ein bisschen renter und ein bisschen, mit dem Trink. Jetzt benutzt ich die Zagawa, 23. 15 Millilandies. Fresh lime juice 30ml Plumsake, das funktioniert sehr gut mit Rohr weil es sehr dark ist Plumsake Okay, jetzt habe ich es 20ml Und Und Ich habe nichts Das ist fein Ja, okay Gut Also die Wurzel anschließen Gaggen 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 Jetzt haben sie 50er Und Gaggen 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 Ja, für sicher Ich meine, hallo Ich habe dieses Glas Er ist Choliken Das Die Aroma Der Gaggen Es wird Fertig der Fertig Die Aromali Vier Aus Und dann auf der Markt gibt es so viele Spice, die man schmeckt, Aber manchmal werden sie nicht mit einem Kalki-Lime-Leaf verwendet. Das sind perfumes, die Sie riechen. Ja, sie sind sehr intensiv. Und ich nehme eine halbe Kalki. Was ist der Name der Rink? Der Name der Rink ist Huahin. Huahin, das ist ein Ort, wo meine Frau und meine Frau studiert. Sie studiert da für eine halbe Jahr. Und ich ging nach dem Markt mit meiner Frau. Und es war eine Motorbike. Und es war sehr, sehr faszinierend. Wir essen mit Fischballen für den ersten Mal mit Korianderen. Roses Cockroaches. Cockroaches. Was ist Cockroaches? Cockroaches. Cockroaches? Sie essen da? Sie sehen, es sind Cockroaches. Wow, das ist ein Brecht, man. Es sind spezielle Speziale, die Sie nicht sehen. Und die Aromane. So, warum hast du für Zaccapa entschieden? Ich habe Zaccapa, weil es sehr gut matches. Wir haben die Chocolate Note. So, es funktioniert sehr gut mit der Woody Note. Von der Gagana. Okay, you want to have this. Plum Sake, which actually stays. Let's let the dark character, the drink, stay. If we would have added Gin, it would have been not really. The rest of the ingredients would have been upfitted. But you choose a real Plum Sake or a Joya Plum? I use Joya Plum. So, yeah, fine. Do you have any questions? No. From my side, well done. Perfect, thanks. Thank you very much. Thank you very much. I'm roughly going to weigh Ke'i Courtney. Anyway, I won't play bullies.